Aus dem Landesstudio Steiermark begrüßt sie Ilse Amenitsch. In seinem ersten historischen Roman »Monde vor der Landung« spürt der Büchner-Preisträger Clemens Iesetz den schrägen Überzeugungen des Querdenkers Peter Bender nach. Dieser glaubte, im Inneren der Welt zu leben und versuchte im Worms der 1920er Jahre vehement seine Hohlwelt-Theorie zu verbreiten. Diese strahlende, seltsame Geschichte, die wahrscheinlich nicht seine Lebensgeschichte ist, sondern es ist meine Erfindung auf der Trägerfrequenz seiner realen Geschichte, so wie sie aus den Dokumenten kommt. So Clemens Iesetz. Hören Sie nun Auszüge, gelesen von Martin Brachvogel. Der Blick durch Linsen Wer in Worms lebt, lebt auf dem Planeten Erde. Dieser befindet sich mitten im All und kreist dort, wie jedes Kind lernt, als riesige Kugel um eine noch größere Kugel aus Feuer. Im Jahr 1920 allerdings lebte unter den rund 50.000 Wormser Bürgersleuten ein Mann, auf den nicht einmal das zutraf. Er wohnte zwar ebenfalls, wie sie alle, in Worms, aber darüber hinaus nicht auf, sondern in einer riesigen Erdkugel, und das bei vollem Bewusstsein und ohne Protest. Dabei bewegte er sich nicht etwa spiegelbildlich unterirdisch zu seinen Mitgeschöpfen dahin, nein, er existierte in direkter Nachbarschaft zu ihnen, verdingte und ernährte sich neben ihnen, kam ihnen sogar täglich in Kleidung und Hut auf der Straße entgegen. Ihn umgab dabei ein riesenhaftes und geschlossenes Erdenrund, der Hohlglobus. Wo andere Himmel und Sterne sahen, da sah er nur bläuliches Füllgas und bestenfalls apfelgroße Leuchtkörperchen. Wo viele die nächste Galaxie vermuteten, da wußte er Australien. Mit Geschichten über Nord- oder Südpol-Expeditionen konnte man ihn zur Raserei bringen. Dieser Mann war der ehemalige königlich-preußische Fliegerleutnant Peter Bender, Weltkriegsverwundeter und Träger des Eisernen Kreuzes, von Beruf Schriftsteller. Schon während seiner ersten Aufklärungsflüge über den fleckigen Sumpfgebieten an der Weichsel war ihm die optische Täuschung aufgefallen, die Krümmung der Erde, so nannten sie das. Und sie sah, das mußte man zugeben, vollkommen überzeugend aus. Wie aus dem Lehrbuch. Eine schöne weite Wölbung, die da unter ihm schwebte. Dass Stahl unter den richtigen Bedingungen so leicht werden konnte, dass er zu fliegen begann, war an sich schon recht bedenklich. In solchen Momenten war es ihm auch möglich zu begreifen, warum die Menschen ängstlich oder wehmütig wurden, wenn sie im Traum von ihrer Heimat weggepflückt oder fortgeweht wurden. Ihm selbst war das als Kind einige Male passiert. Die Träume, wenn es denn welche waren, ähnelten einander immer ein wenig. Die Stimmung war die gleiche und auch die Farben. Alles sah bemüht und künstlich aus, wie auf handkolorierten Fotografien. Farbe, wo keine sein sollte. Seltsam runde und unscharfe Ecken und Kanten. An manchen Stellen flimmerte die Farbe auch, wie die Ränder einer Öllache. Alle Menschen waren spärlich bekleidet und ihre Konturen unklar. Manche trugen ein grau-weißes Funkgerät rauschen anstelle ihres Gesichts. Und er selbst bewegte sich wie in sieben Meilensprüngen durch diese erstarrte Welt. Dann kam jedes Mal der Augenblick im Traum, wo er aus irgendeinem Grund in den Himmel blickte. Doch sogleich bereute er diese Entscheidung, denn sein Blick wurde vom strahlenden Blau magnetisiert und er daran in die Höhe gezogen. Er hatte das Gefühl zu erblinden, und ein tunnelförmiger Wind erfasste ihn, ein rauer, gefräßiger Verbindungskorridor zwischen ihm und dem Äther. Er glitt davon, die Gebäude unter ihm wurden kleiner, der Marktplatz mit dem Opelisken war nur noch ein ernstes, undeutliches Bildchen wie auf einer Zigarrenkiste. In späteren Träumen verstand er, dass der unheimliche Windkorridor ein Fingerzeig gewesen war. Es war seine beginnende Erkenntnis, wie das Weltall in Wahrheit beschaffen war. Kindheit Geboren 1893 in Bechtheim, Kreis Alzei-Worms. Laut Dorfunterlagen am 29. Mai allerdings später von ihm selbst auf den 30. geändert. Hier wächst das Kind auf, unter der Schirmherrschaft der Weinhänge, mit Sonne zwischen den wellig gekämmten Hügeln, mit Trauben im Schuh, im Bett, überall und dem rötlichen Geruch der alten Ziegelei. Ein Kirchturm saugt einen Vogelschwarm aus dem Himmel. Ein Riese geht mit Sense und Eimer durch die Straße. Bei der Einschulung dann der in der Mittagssonne immer stärker werdende Geruch nach Schweinespeck, mit dem die Schuhe der ärmeren Dorfkinder zum Glänzen gebracht werden. Der Lehrer ist einer, der schwermütige Kinder so drollig findet, dass er sie immer zu zwicken beginnt, wenn sie weinen. Der Junge lernt blitzschnell schreiben und lesen. Er lernt, sich zu waschen und auf Zuruf sich zu beherrschen. Er spielt mit Zinnsoldaten, nascht vom Kerzenwachs. Die Weinpresse im Keller macht ein Geräusch, das beim Einschlafen oft aus ihm selbst zu kommen scheint, vor allem, wenn sein Magen knurrt. Dann das muntere Geratsche der Elstern im Hof und das heidnische Gefühl beim Urinieren im Wald zwischen Dornen. Und manchmal bei Hochdruckwetter ein plötzlicher stechender Schmerz in der Schädel naht, dann spürt der Junge deutlich, wie sich in den Nachbarhöfen die Brunnen vertiefen. Ein Eiszapfen am Tor, wunderschön und helldurchsichtig im Tageslicht, dazu Hammerschläge aus einem nahen Haus. Oder der Sommer beginnt und es liegen wieder vermehrt Kleidungsstücke in den Wiesen und die Gebüsche prasseln vor Sperlingen. Und immerzu ernste Gespräche über die spätere Laufbahn des Jungen mit der ewig gleichen Erzählung von den zwei tüchtigen Onkeln des Vaters, die beide zum Wohle der Menschheit Kaufmann geworden und seither irgendwo auf dem Globus verschollen sind. Es heißt, dass alle Kinder später einmal etwas werden. Was wirst du werden? Nach seinem ersten Becher Federweißer träumt der Junge die ganze Nacht von Nibelungenfahrrädern. Er weiß noch auf nichts eine Antwort. Unterdessen faltet sich das alte Jahrhundert und ein frisches beginnt. Am würzigen Kiesbettgeruch der alten Bahnstrecke erkennt er den Herbstbeginn. Er hat nun erste deutliche Muskeln vom Klettern und Laufen. Die Blätter fallen aus vollem Herzen und locken die riesige Spinne an, die tagelang im Fensterwinkel als Stadtwappen hockt. Der November bringt dann erste Fröste und eine letzte Birne hängt mulmig draußen im Baum. Sie wird dem Jungen, je weiter sich die Kälte im Dorf ausbreitet, zu einer kecken und mutspendenden Gefährtin. Mehrmals am Tag, auch auf dem Heimweg von der Schule, geht er zu ihr, um ihr sonderbares Schicksal zu bedenken. Am liebsten würde er sie läuten, wie eine kleine Hausglocke. Die Birne heißt vielleicht Gudrun, vielleicht Gesine. Sie ist bereits ganz erdfarben, verhutzelt. Ihr Gewebe weiß also schon alles. Aber noch reicht ihr Gewicht nicht zum Fallen. Dann bei einem Schulfreund ein Nachmittag lang vor dem ersten Modellschiff. Wie fachmännisch da die Blicke werden, wie mutwillig die Gesten und Stimmen. Fast küsst Peter seinen Freund auf den haarflaumigen Nacken, als dieser sich über das prachtvolle Bastelwerk beugt. Als er dann gegen Abend aus dem Haus tritt, sieht er die Bäume in ihrem lichten, schönen Leben wie riesige Menschen in der Straße stehen. Über all das hinwegbrettern, denkt er, rasend, brennend, in einem winzigen, die eigenen Körperkonturen genau einrahmenden Flugschiff. Er nimmt es sich vor, für später, als heilige Pflicht. Dann, 1904, die Wende im Leben, der grässliche Unfall des Großvaters Erich. Wenige Wochen nach der Einweihung der elektrischen Trambahn in Worms fährt dieser in die Stadt, gerät dort allerdings gar nicht unter die Räder des neuartigen Gefährts, sondern wird von einem der längst ausrangierten und nur noch eine Weile zur Zierde laufenden Pferde-Omnibusse überrollt. Das Bein entzündet sich, ein Wundbrand beginnt drumrum zu wachsen wie Efeu um eine Statue. Eines Morgens, nach einer Nacht voller Schmerzensschreie, holt man ihn mit dem Leiterwagen ab. Er kommt auf die Ladefläche und blickt, während zwei kräftige Männer ihn ziehen, staunend zu seinem Gehöft zurück. Drei ganze Tage bleibt er fort, dann bringen sie ihn zurück. Er ist wieder da. Aber er lässt sich weder von seiner Tochter noch von seinen Enkelkindern anschauen. Er schämt sich sehr und versteckt seine untere Hälfte unter einer Decke. Als seine Angst etwas gewichen ist, darf seine Schwiegertochter ihm, der noch immer im Hof im geborgten Leiterwagen in der Sonne sitzt, genauen Bericht über die versäumten Tage geben. Dabei nickt er viel. Und nach einer Weile geht sein Blick in die Höhe, in die flämmchenhaft dünnen Spitzen der Pappeln auf der Straße, und sein Gesicht verzerrt sich. Nun pocht auf einmal ein Holzbein durchs Haus. An den immer früher mulmig werdenden Abenden singt die Mutter für den jungen Lieder. Es war ein König in Thule, ist darunter, und Peter merkt sich den Text, so wie das meiste, schon nach dem ersten Hören. Und dann eine ewig lange, stellenweise etwas derbe und alberne Ballade, in der allerdings ein anmutiger Vers über Bäume auftaucht. Sie stehen auf der Erde mit segnenden Gebärden. Das gefällt ihm. Ja, den Satz kann man singen und in seinen Endsilben so unerhört auskosten und ausdehnen, regelrecht innerlich einstampfen kann man ihn. Er hebt sich den eingängigen Takt der Zeilen bis zur Schlafenszeit auf, indem er ihn beständig mit den Kiefern malt. Nachts gibt es oft Schatten und Formen an der Wand, aber nur selten ist etwas Deutbares dabei. Einmal eine Art Hase, der ihn lange ernst anblickt, ein andermal ein Schneckenhaus, das sich sehr langsam dreht. Die Mutter erzählt ihm eines Mittags, vermutlich, weil ihr allmählich die Geschichten und Märchen ausgehen, vom heiligen Hieronymus im Gehäuse. Was ein Gehäuse ist, weiß der Junge. Es umgibt Nusskerne. Wie aber ist der heilige Hieronymus so klein geworden, dass er in eine Nussschale passt? Peter läuft hinaus vors Haus, randvoll mit Fragen, aber die Weinhänge und die Krähen wissen natürlich nichts, ebenso wenig die Wegränder und der Weiher liegt ohnehin Tag ein, Tag aus wie gepanzert da, spiegelklar und hellweiß unter dem Himmel, eine geschmolzene Ritterrüstung und alles so stumm, so auskunftsfeig, so abgekehrt und verschlossen. Wie kann das sein? Und jeden Abend die Pflege des Beinstumpfs. Der Junge kann schon bald länger hinsehen, ohne innerlich zu verstummen. Schwarzbrot, so sieht es aus. Die Farbe bleibt ihm unbegreiflich, denn der Rest des Großvaters ist immer noch so hell, so gewöhnlich Hautfarben wie früher. Wo also hört das eine auf und wo beginnt das Neue? Von der elektrisch in Worms wird im Haushalt viel gesprochen, viel geschimpft, aber der Warngehalt der Meinungen bleibt unklar, denn es war ja gar nicht die neue Trambahn, die dem Großvater das Bein gestohlen hat. Soll man nun trotzdem vor der neuen Elektroerfindung Angst haben, die in der Riesenstadt Worms durch die Straßen rollt? Oder ist die alte, überholte Verkehrsform das eigentlich Böse? Oder ist diese erst durch die Ankunft der Elektrifizierten Böse geworden? Wird vielleicht alles, was von elektrischen Strömen verschont bleibt, automatisch teuflisch, wenn Elektrisches in der Nähe ist? Außerdem will ihm niemand verraten, wo das herrenlose Originalbein hingekommen ist. Mit zwölf liest er die Bücher von James Fenimore Cooper und später auch den Robinson Crusoe. Tagelang geht er beeindruckt umher und stellt sich vor, sein einziger Gefährte auf Erden sei dieser einzelne mysteriöse Fußabdruck am Meeresufer, den Robinson eines Tages entdeckt. In der Scheune im Hof sitzt der Junge und nutzt die Dunkelheit und Kühle, um sich die eben gelesenen Szenen in der Erinnerung noch einmal deutlich vor Augen zu führen. Später baut er sich sogar seinen eigenen Crusoe-Fußabdruck im Schlamm neben dem Teich. Im Roman wird erzählt, dass der Abdruck direkt am Meeresufer liegt. Also ist dort ein Fremder herumgelaufen. Aber wie? Der Fremde hat nur einen einzigen Schritt gemacht und ist dann, ja was, weggeflogen? Mit sieben Meilen Sprung auf einen ganz anderen Teil der Insel? Warum ist da nur ein Abdruck? Es ist einfach großartig. Es macht ihn beim Lesen und Wiederlesen ganz wahnsinnig. Und da, vor der Haustür, der immer noch einsam dastehende Stiefel, in dem früher das Bein des Großvaters steckte. In dem Stiefel sind jetzt manchmal Frösche. Wenn er einen findet, bringt er das verirrte Tier hinaus zum Teich. Erst Stunden später fällt dem Jungen eine mögliche Deutung der Tiererscheinung ein, aber da ist es bereits zu spät und die wiedergekehrte Seele des Beins unrettbar im Teich versunken. Man muss in Zukunft besser aufpassen. Er ließ die Nibelungensage, die größte Geschichte aller Zeiten. Kaum zu glauben, daß das alles hier spielt, praktisch direkt vorm Haus, in der täglich betrachteten Landschaft. Hagen, Siegfried, Brunhild, die mit Gewalt genommen wird. Wie das wohl aussieht? Jemanden mit Gewalt nehmen. Um die Hüfte? Und das Lindenblatt zwischen den Schulterblättern, fast spürt man es dahinten knistern, wenn man sich abends auszieht. Der Junge versucht, allen von dieser einen faszinierenden Figur zu erzählen, Hagen. Denn er will nicht einsehen, daß ein Mensch so sein kann, so sein darf. Das hätte doch früher bemerkt werden müssen. Aber dann, als in der Schule die Nibelungen gespielt werden, in einer kleinen Theaterrevue, da meldet er sich freiwillig für die Rolle des Hagen, allerdings Sondern mit düsterem Nachdruck, Frau Lehrerin, ich spiel den, ich spiel den Hagen. Da fällt ihm bereits, im Frühling wird er 14, das Stirnhaar ins Gesicht, und auch die Stimme beginnt sich zu senken. Eines Sommers beginnt er damit, seine Träume zu notieren. Aber nach und nach bekommen die Träume oder der Teil seines Verstands, der sie nachts ersinnt, mit, dass sie immer gleich am nächsten Tag notiert werden, und ab da geraten sie ihm allzu ausdeutbar und merkspruchhaft. Bald träumt er fast nur noch Niederschreibbares. Beim Erwachen fühlt er sich dann unerholt, blutleer, betrogen. Schließlich verwirft er die gefährliche Übung, nachdem er eines Nachts allen Ernstes von einem nussgroßen Schreiber geträumt hat, der sich Träume notiert. Zur gleichen Zeit werden ihm die meisten Mitschüler widerlich, ja fast verdächtig, wie lammfromm und lernbegierig sie sich allem fügen. Und zu Mittag liegt ein Fisch mit fiebrig gequollenem Totengesicht vor ihm. Alles Zeichen, alles sehr deutlich. Martin Martin Brachvogel las aus Monde vor der Landung von Clemens Jesetz. Der Roman ist bei Surkamp erschienen. und Schreiber